Ah, Kaffee. Mein Retter. Zu viel Kaffee ist nicht gut für dich, Mama. Ich weiß, aber du willst mich nicht ohne meinen Morgenkaffee erleben. Frag nur deinen Vater. Stimmt, das würdest du wirklich nicht erleben wollen. Kann ich noch mehr Erdbeeren haben? Klar, bedien dich. Bist du auf deinen Spanisch-Test heute vorbereitet? Ja. Bekomme ich ein Eis, wenn ich eine Eins bekomme? Nach dem Traum von letzter Nacht können wir da ja wohl kaum Nein sagen, oder? Ja, du kannst eins haben. Aber nur für eine Eins. Yippie! John, wann geht heute dein Flug nach London? Um 14 Uhr. Warum fliegst du? Warum nimmst du nicht den Zug? Die Firma hat Frequent Flyer-Punkte, die sie aufbrauchen will. Ich würde auch lieber den Zug nehmen, aber was soll ich machen? Wirst du morgen zum Abendessen zurück sein? Sollte klappen. Ich kann dich vielleicht sogar von der Schule abholen, Sarah. Was meinst du? Super! Dann können wir auf dem Heimweg das Eis für meinen Spanisch-Test holen. Wir werden sehen. Ah, Kaffee. Mein Retter. Zu viel Kaffee ist nicht gut für dich, Mama. Ich weiß. Aber du willst mich nicht ohne meinen Morgenkaffee erleben. Frag nur deinen Vater. Stimmt. Das würdest du wirklich nicht erleben wollen. Kann ich noch mehr Erdbeeren haben? Klar, bedien dich. Bist du auf deinen Spanisch-Test heute vorbereitet? Ja. Bekomme ich ein Eis, wenn ich eine Eins bekomme? Nach dem Traum von letzter Nacht können wir da ja wohl kaum Nein sagen, oder? Ja, du kannst eins haben. Aber nur für eine Eins. Yippie! John, wann geht heute dein Flug nach London? Um 14 Uhr. Warum fliegst du? Warum nimmst du nicht den Zug? Die Firma hat Frequent Flyer-Punkte, die sie aufbrauchen will. Ich würde auch lieber den Zug nehmen, aber was soll ich machen? Wirst du morgen zum Abendessen zurück sein? Sollte klappen. Ich kann dich vielleicht sogar von der Schule abholen, Sarah. Was meinst du? Super! Dann können wir auf dem Heimweg das Eis für meinen Spanisch-Test holen. Wir werden sehen. Wir werden sehen.